So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke. Wir haben gerade noch den Chill mit Ramses Stream gehabt, haben da ein paar Pikachus verlost mit Hemden in Shiny, mit Ballons in Shiny vom Luftabenteuer auf Rehu Island. Das war richtig cool, die Leute haben sich natürlich gefreut, die das jetzt gewonnen haben und schon wird ein Event angekündigt mit einem weiteren Pikachu, was auch in Shiny dann verfügbar sein wird, mit einem komplett neuen Pokémon, nämlich das mit der halben Melone auf dem Kopf und der ganzen Melone in der Hand. Wie das heißt, seht ihr gleich, vielleicht kennt ihr es schon und es war ja schon bekannt, dass es wieder die Pokémon-Weltmeisterschaften geben wird, diesmal in Yokohama. Und dazu dieses Event, was wir euch jetzt ganz kurz vorstellen wollen. Das ist jetzt glaube ich um 22 Uhr oder so wurde das veröffentlicht, ich will das jetzt hier 22 Uhr 23 fix aufnehmen, raushauen und dann könnt ihr mal gucken. Wir feiern die Pokémon-Weltmeisterschaften 23 in Pokémon Go. Sieht man hier dieses Pikachu mit dem Helm, hier diesen Quadramack. Pokémon ist bei den Pokémon-Weltmeisterschaften 23 vertreten, also Pokémon Go. Wir krönen den Weltmeister. Die Pokémon-Weltmeisterschaften finden vom 11. bis 13. August in Yokohama, Japan statt. Die besten Pokémon Go-Spieler aus aller Welt drehen gegeneinander an um den Titel des Pokémon Go Weltmeisters. Der Weltmeister bekommt neben anderen Preisen ein Weltmeister-Outfit und eine exklusive Pose im Spiel. Das gab es ja letztes Jahr auch, war auch ein cooles Event dann dabei, wo es ein bestimmtes Pikachu gab aus Feldforschungen mit Kostüm in Shiny. Das war auf jeden Fall dann selten, nicht so leicht zu bekommen, wo der Gewinner von der ganzen Weltmeisterschaft im PvP auch eine bestimmte Pose hatte, ein bestimmtes Outfit hatte. Und ja, vielleicht habt ihr das ja sogar verfolgt, könnt ihr ja mal reinschreiben. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich verpasse es halt einfach immer, weiß dann immer nicht wo. Hier steht aber dabei, seht live zu. Ihr könnt jeden Tag um 2 Uhr mitteleuropäischer Zeitzone, Zeitzone, M-E-S-Z, keine Ahnung, per Livestream dabei sein. Englisch-sprachiger Stream. Tag 1 Pokémon Go-Kanal auf Twitch. Tag 2 Pokémon Go-Kanal auf Twitch. Tag 3 Pokémon-Kanal auf Twitch. Ich kann euch ja diesen Artikel unter dem Video verlinken in der Beschreibung, damit ihr über den Artikel auf diese Links zugreifen könnt, damit ihr die ganzen Links zu den Kanälen und Streams habt, wenn ihr dazu gucken wollt. Avatar-Artikel zum Event. Bei der Live-Sendung wird ein Code für das folgende Avatar-T-Shirt eingeblendet. Das T-Shirt WM23 gelb. Dieser Artikel ist weltweit über einen Code verfügbar, der während des Weltmeisterschaften-Streams am ersten Tag des Events veröffentlicht wird. Ich glaube, das war letztes Jahr auch so, dass halt in dem Stream sie den Code reinpacken. Irgendjemand, der krass cool drauf ist, hat den Code dann in den Fan-Chat gepackt, also in unsere Gruppe reingeteilt. Die Leute haben das mitten nachts gesehen, haben das schnell eingegeben bei sich, bei Promocodes, haben dann diesen Artikel, dieses T-Shirt bekommen für ihren Avatar, konnten sich das anziehen und haben dann geglänzt. Jo, geil, krass, was ist das? Nächsten Tag alle, was ist das denn? Wo kriegst du das denn her? War es schon wieder vorbei. Die folgenden Artikel sind ab dem 11. August verfügbar, das T-Shirt 23 zur WM in Grau. Also das Graue Langweilige, das gibt es sowieso kostenlos weltweit im App-Shop, im In-Game-Shop, im In-App-Shop erhältlich. Das Gelbe aber nur über den Promocode, der im Stream geteilt wird. Ich finde, das Gelbe sieht auf jeden Fall besser aus, sticht ins Auge und es ist vor allem gelb. Es ist gelb. In Pokémon Go findet ein Event zu den Pokémon-Weltmeisterschaften statt von Freitag, den 11. August 10 Uhr bis Dienstag, den 15. August 20 Uhr. Auch in Pokémon Go feiern wir die Pokémon-Weltmeisterschaften alles rund um die Go-Kampf-Liga mit Pokémon-Debüts von Quartamag und einem neuen, kostümierten Pikachu mit dem Weltmeisterschafts-Outfit 23, was halt dieses T-Shirt anhat. Jetzt aber die Frage, wie kriegt man die Wild-Raids, Eier, Feldforschungen? Ich dachte ja, Quartamag ist wild. Manche hatten schon die Befürchtung, weil ja die Weltmeisterschaft in Yokohama stattfindet, dass das vielleicht regional jetzt gemacht wird und man Quartamag nur regional bekommen kann. Ich kann euch, glaube ich, beruhigen, das ist nicht regional. Jeder hat die Chance, an ein Quartamag zu kommen. Aber, gucken wir mal hier weiter unten. Event Boni. Bei dem Event könnt ihr in der Go-Kampf-Liga 10 Kampfsets statt 5 pro Tag bestreiten. Also ihr könnt mehr kämpfen. Bei Pokémon, denen ihr bei der Go-Kampf-Liga begegnet, variieren die Werte für Angriff, Verteidigung und KP stärker. Normalerweise hat man da ja auch Mindestwerte. Da kann es auch sein, dass ihr perfekte PvP-IV kriegt oder ein Nullprozentiges rauszieht, weil das halt alles kreuz und quer gewürfelt wird auf einmal. Es wird eine befristete Forschung geben, bei der ihr auch eine Top-Sofort-TM bekommen könnt und eine Begegnung mit dem Weltmeisterschafts-Pikachu, was shiny sein kann. So, wisst ihr also. Aha, eine Begegnung werdet ihr garantiert bekommen, wenn ihr die Forschung macht. Gibt auch noch andere Belohnungen. Dazu steht jetzt erstmal weiter nichts. Aber die wilden Pokémon. Und da sehe ich weder Pikachu noch Quartamag. Oh, aber ich sehe was anderes jetzt, was hier steht. Zum ersten Mal schillernden Zuckokeks. Also die folgenden Pokémon erscheinen häufiger. Masholo, Lampi, Felino, Zubiris, Mediti, Seemops, Rotomurf, Zurokeks, Skoppel. Alle können shiny sein. Volley, was nicht shiny sein kann. Ist trotzdem ein beliebtes Pokémon und auch sehr selten. Das gab es einmal bei einem Event, seitdem glaube ich nie wieder. Jetzt ist es wieder da. Mit etwas Glück begegnet ihr auch Onyx und Schlurp. Die können auch beide shiny sein. Ich weiß nicht, wieso die jetzt hier als die krassen Hit-Encounter da hingeschmolzen werden. Masholo ist auf jeden Fall sehr genial. Braucht man unbedingt. Ja gut, Lampi ist für die GBL auch nützlich. Zubiris ist nützlich. Mediti ist nützlich. Beim Rest weiß ich gar nicht. Gut, Krabbit vielleicht als Skoppel. Weiterentwicklung dann. Sehe ich öfters meine Superliga als Gegner. Aber ich habe jetzt dieses Season noch kein einziges Mal GBL gespielt. Zurokeks. Was ja in der GBL immer eingeführt wurde. Als Belohnung. Es dann auch irgendwann mal Wild gab. Jetzt dann als shiny verfügbar. Da ist was dabei für die shiny Jäger, die in der Wildnis, also Zurokeks, antreffen können. Und jagen können. Und ich weiß nicht, wie ein shiny Zurokeks aussieht. Da lasse ich mich überraschen. Trotzdem, es ist kein Pikachu dabei. Es ist kein Quatermack dabei. Raid-Kämpfe. Raid-Kämpfe der Stufe 1. Zurokeks. Was shiny sein kann. Würde ich eher in der Wildnis fangen. Skorgler. Alola Sandan. Würde ich komplett ignorieren. Weltmeisterschaften Pikachu. Ihr habt also 5 Tage Zeit, einer Raids zu machen. Mit dem Pikachu, um das als shiny zu bekommen. Ist das nicht toll? Dafür habe ich ja meine kleinen Accounts, die ich täglich setze. Die dann immer hier 50.000 Münzen haben. Um bei denen dann schön auf shiny Hand zu gehen. Und mir das rüber zu tauschen auf den Main-Account. Darfst du gar nicht sagen, wirst du wieder gebannt. Nein, aber wäre so eine Möglichkeit, um da nicht sinnlos ewig viel Geld rein zu cationen, um da ranzukommen. Es ist halt leider in Raids gepackt. Und was auch in Raids gepackt ist, Raids Stufe 3. Bei Panzer Eron. Galaflunschlik, wo ein Bild ist von einem Schlurp. Sehr interessant. Ist jetzt also Schlurp im Dreier-Raid oder Galaflunschlik? Ist das Bild falsch oder ist der Text falsch? Man weiß es nicht. Egal was es ist, würde ich auch ignorieren an eurer Stelle. Aber Quartamag ist in den Dreier-Raids. Das heißt für mich, einen Raid machen, für den Pokedex-Eintrag, einen Raid machen mit einem kleinen Account, der vielleicht lucky ist, um es als Glückseintrag rüber zu tauschen. Oder jemanden bei einem Glückstausch zu fragen, hast du ein Quartamag? Dann ist der vielleicht auch fertig, aber auf Hunderter gehen, auf XL gehen, auf Bonbons gehen, würde ich da wahrscheinlich... Hat ja eh keine Entwicklung. Kannst du es stehen lassen. Ansonsten in den Fünfer-Raids, Grysilia in den Mega-Raids, weiter Mega-Garados. Das finde ich schon schade. Oder hätten die das Weltmeisterschaft Pikachu nicht wild machen können? Hätten die Quartamag nicht wild machen können? So habt ihr in der Wildnis eigentlich nur Zurokeks. Der Rest ist wieder in Raids verpackt, wo ihr sowieso jetzt wieder richtig reincashen müsst. Außer, ihr guckt euch die Feldforschungen an. Und da sehen wir, Pikachu gibt es auch in den Feldforschungen. Ihr kriegt also eins aus einer Spezialforschung. Ihr könnt raiden oder ihr macht Feldforschungen. Diese Feldforschungen sind kostenlos, aber ihr seht halt nicht gezielt. Also wenn ihr einen Pikachu-Raid seht, wisst ihr, ihr kriegt einen Pikachu da. Wenn ihr einen Pokestop irgendwo seht, lauft hin. Ihr wisst ja nicht, welche Aufgabe da drin ist. Es wird also schwieriger, aber wäre günstiger. In den Feldforschungen Alola, Sandan, Jorob, Carbador, Galatzikzaks, Seemobs, Reislaus. Und was ich übersehen habe, nicht nur das Weltweisterschaftspikachu ist in den Feldforschungen, sondern auch Quarta-Mag. Und den habe ich nicht erkannt, weil hier steht Quarta-Mag. Es ist aber ein Bild von einem Galaflundschlick da. Wo man jetzt wieder fragt, ist das Bild das, was da ist? Oder ist der Name das, was da ist? Aber wenn das in Raids ist, ist es bestimmt auch in Feldforschungen, sodass einer Jannik sagen kann, ihr müsst nicht raiden. Der Name ist also wichtiger als das Bild, die Grafik ist falsch. Quarta-Mag und Pikachu, auch in Feldforschungen. Und dann heißt das für mich hier oben, dass es Galaflundschlick in Raids der Stufe 3 gibt. Schlurb als Bild ist falsch, der Name ist wahrscheinlich das, was passt. Also Quarta-Mag, nicht wild, aber in Raids und in Feldforschungen. Dann gibt es exklusive Attacken auch hier. Alola-Sandama, Machomai, Yukong, weil Reiser bekommen alle besondere Attacken. Da gibt es Dunkelklaue, hier gibt es Gegenstoß, hier gibt es Eissplitter, hier gibt es Pulverschnee. Gab es die nicht alle schon mal irgendwie? Sofort-Attacke, Pulverschnee, Lada-Attacke, Eisspeer, hier Eissplitter und Eissturm, hier Gegenstoß. Ich will euch ja, glaube ich, eh den Artikel unten verlinken. Da könnt ihr euch die Attacken alle in Ruhe nochmal durchschauen, auch bei Barrikadax. Und es gibt natürlich wieder neue Avatar-Artikel im Shop, ein Trikot und eine Jacke. Das Trikot sieht so aus, da ist ein Pikachu, das ist gerade eine Nudelzuppe und schlägt sich die Zunge. Da steht Yokohama groß drauf, muss ich sagen, dieses T-Shirt gefällt mir sehr gut. Und eine Jacke, die aussieht wie Lakritz, wo man hinten nur was auf dem Rücken sieht. Aber ihr seht, wenn ihr einen Rucksack aufhabt, nichts. Und wie es vorne aussieht, weiß ich nicht. Also das Trikot sieht auf jeden Fall cool aus, muss ich sagen, das gefällt mir. Schön mit der Samyang-Nudelsuppe dabei. Ansonsten, joa, Zuru-Cakes neu Shiny, Pikachu neu Shiny, Quatermark neu für Glückseintrag wieder da. Da ist also ein bisschen was geboten. Seid ihr GBL-Spieler? Nutzt ihr GBL? Spielt ihr oft GBL? Habt ihr Bock? Werdet ihr die Livestreams verfolgen? Mal gucken, wer sich das gelbe T-Shirt angelt. Was sind eure Gedanken zum Event? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und euer Hannes. Fürz euch. Good night. Fürz euch. Fürz. Fürz. Mann, Mann, Mann.